Deploy ist die Industrie's erste Plattform, die es mir erlaubt, kollaborative Anwendungen und Applikationen zu realisieren, ohne einen großen Kenntnisstand von Roboterprogrammierung zu haben. Der Vorteil ist, dass ich mit dem gleichen Personal, den gleichen Stunden, mehr Applikationen realisieren oder umsetzen kann und der Endkunde hat natürlich die Möglichkeit, sehr, sehr schnell seine eigene Applikation ohne der Programmierkenntnisse zu erstellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017